Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute am Mittwoch, nicht am Dienstag, aber das Warten hat sich gelohnt, denn es gibt eine brachiale News und zwar Logan Paul vs. Floyd Mayweather. Aber vorher, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Ganze bei YouTube hört oder ein Follow by Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Jetzt habe ich mich schon versprochen, weil ich so schnell geredet habe, aber Logan Paul, der ältere Bruder von Jake Paul, also der ältere Bruder von dem, der jetzt gegen Ben Estrin geboxt hat und Ben Estrin ausgenockt hat, boxt jetzt bald am 6. Juni gegen Floyd Money Mayweather. Und das ist eine spannende News, dieser Kampf wurde ja eigentlich verschoben. Eigentlich hat man ja gesagt, Floyd Mayweather boxt nicht gegen Logan Paul, da gab es ja dann Gespräche von Floyd Mayweather gegen den UFC Triple C, Henry Cejudo. Und jetzt scheinbar doch, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze einen Zusammenhang mit Ben Estrin gegen Jake Paul hatte, denn Jake Paul vs. Ben Estrin, die Leute wollen es nicht zugeben, aber das kam wahnsinnig gut an. Ich persönlich merke das auf meinem YouTube-Kanal, da wird Jake Paul am häufigsten angeschaut. Und natürlich schaut es keiner, keiner gibt es zu, dass er sich sowas reinzieht, aber irgendwie hat es doch ganz, ganz banale Einschaltquoten. Also 1,5 Millionen Pay-Per-Views hat das Ding verkauft, dass es mehr als McGregor gegen Ceroni 2020 gemacht hat, wobei man auch nur knapp ein Viertel gezahlt hat bei Estrin vs. Paul. Und eigentlich hat man Logan Paul vs. Floyd Mayweather verschoben, weil kein Interesse da war. Und vermutlich war durch dieses Jake Paul vs. Ben Estrin-Ding so viel Interesse, auch an diesem Trash daran, dass man jetzt diesen Kampf relativ kurzfristig wieder gebucht hat. Und man muss natürlich auch sagen, ja, es ist Trash, aber das ist auch eines dieser Erfolgsgeheimnisse, denke ich, hinter so einer Veranstaltung. Niemand würde Logan Paul gegen einen normalen Boxer sehen wollen, aber Logan Paul gegen Floyd Mayweather, ein großer, bulliger Amateur-Boxer, gegen einen kleinen, schmalen, flinken Goat mit Floyd Mayweather. Klar müssen wir verstehen, dass Floyd vielleicht auch Kämpfe gemacht hat, so wie damals gegen Tenshin Asukawa in Japan, die man nicht unbedingt verstehen möchte, wo man sich fragt, warum macht er das? Auf der anderen Seite ist Floyd in seiner Gewichtsklasse einer der Greatest of all time. Der Typ hat Manny Pakiao besiegt, beide waren in ihrer Prime und ja, dieser Manny Pakiao-Fight, der war nichts Spektakuläres, ich weiß, aber er hat ihn besiegt. Floyd hat Canelo besiegt, auch wenn ein Rematch jetzt anders aussehen würde. Und natürlich weiß das Mayweather, natürlich weiß Mayweather, dass er nicht mehr gegen einen Canelo kämpfen kann, vielleicht auch nicht mal mehr gegen einen Manny Pakiao, aber er kann gegen einen Logan Paul boxen. Das wird auch eh kein Pro-Boxfight. Also selbst wenn Floyd Mayweather das verlieren würde, er würde dann nicht 50 zu 1 stehen oder sowas. Das auf keinen Fall. Ich denke nicht, dass das ein Profi-Boxkampf wird nach Profi-Regeln, sondern Exhibition baut, so wie Mike Tyson gegen Roy Jones. Ich meine, Ben Askren gegen Jake Paul war ein Profi-Boxkampf. Das war ein Profi-Fight. Ben Askren steht jetzt 0 zu 1 im Boxen. Genauso wie Conor McGregor, weil McGregor vs. Mayweather damals ein Profi-Boxkampf war. Also ja, spannende, kuriose Geschichte. Logan Paul vs. Floyd Mayweather. Kurios, aber es wird trotzdem wahrscheinlich wahnsinnig stark geschaut. Deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Zirkusshow oder nicht, schreibt es mir unten rein. Folgt uns, WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.